Er ist ein ganz besonderer Mann und ich muss jetzt zuerst das Mikrofonstativ für ihn riechen. Dieser junge Mann ist 13 Jahre alt und singt jetzt den Blues und ich bitte Klaus Anton das Mikrofon ganz laut stellen, bitte einen riesen Applaus für ein riesiges Nachwuchstalent aus Vorarlberger, Ramon Pfanner. Ramon, wenn du bereit bist, bitte nicke kurz. Meine Damen und Herren, wenn Sie bereit sind, bitte nicken Sie auch kurz. Ramon ist bereit, Sie mir auch schon. Danke. 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 Musik 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 Bravo!